Herzlich Willkommen zurück, mein Name ist Christian. Thema heute, noch vor dem Depot-Update für April nächste Woche. Ich investiere 60.000 Euro auf einen Streich in 5 Aktien-ETFs, um mein Weltanlageportfolio zu erweitern und noch stabiler aufzustellen. Begleitend fließen 50.000 Euro in meine Investitionsreserve. Wichtig dabei, die 5 ETFs von BlackRock und Vanguard sind anerkannte, sehr gute Finanzprodukte, langfristig unbedingte Kaufempfehlung. Aber die Zusammensetzung habe ich nur auf mich, bezogen auf mein Portfolio, so gewählt. Also so gewählt, dass sie zu meinem bereits bestehenden Aktienportfolio passen, um damit noch besser die Ertragskraft der Weltwirtschaft abzudecken. Das kann bei dir anders aussehen. Also wäre ich noch am Anfang, würde ich auch souverän langfristig, stetig in diese 5 Finanzprodukte investieren, aber mit einer anderen Verteilung. Wenn du noch am Anfang beim Vermögensaufbau stehst, kein Problem. Am Ende sage ich dir klipp und klar, mit welchem Setting ich neu starten würde. Denk bitte daran, alles weitere von mir ist keine Anlageberatung. Ich verspreche dir aber, damit wirst du beim langfristigen Vermögensaufbau erfolgreich werden. Versuch dir trotzdem immer auch eine eigene Meinung zu bilden und setz auch eigene Schwerpunkte in deinen Investitionen. Gut, ist es überhaupt sinnvoll, eine größere Summe auf einen Streich zu investieren? Oder wartet man da lieber oder macht das monatlich oder quartalsweise? Keiner weiß, was morgen an den Märkten passiert. Die Kurse können sehr leidenschaftlich auch mal schnell erheblich abrauchen. Am Ende der nächsten Woche könnten unsere am Aktienmarkt in Unternehmen investierte Anteile nur noch die Hälfte wert sein. Statistisch ist jedoch erwiesen, dass wann immer du über Kapital verfügst, dieses optimal auch direkt investieren solltest. Nach der alten Börsenregel, Time in the Market beats Timing the Market. Langfristig werden die Märkte steigen. In 10 Jahren, besonders wenn die weltweiten niedrigen Zinsen in der Bewertung der Aktienmärkte angekommen sein werden, dann werden die Unternehmen die Aktien sehr teuer sein. Und wenn in 10 Jahren gerade ein Wirtschaftscrash über die Welt jagt, abwarten, fleißig souverän nachkaufen. Nach weiteren 5 Jahren wird deine Performance dann noch höher liegen als ohne die Krise. Die Weltwirtschaft ist ein außerordentlich agiles Lebewesen, welches durch Krisen immer anpassungsfähiger und stabiler wird. Ganz allgemein bei größeren Investitionen wie jetzt bei mir, besonders für mich in meinem Beruf als Finanzbeamter, steht auch unter den Top 10 Fragen, wo kommt die Kohle her? Das Kapital, was ich jetzt neu in Aktien investiere, ist im Grunde kein frisches, neu verdientes Geld von mir, sondern arbeitet schon tapfer und kampferprobt erfolgreich seit 2009, für mich aber im Immobilienbereich. Wie einige schon wissen, ich habe eine Immobilie, eine Wohnimmobilie verkauft, schweren Herzens, aber es war meine Entscheidung und der Verkaufserlös stand letzten Montag auf meinem Konto bereit für neue Investitionen. Zu der gesamten Immobiliengeschichte. Erwerb 2009 aus einer Zwangsversteigerung, verkauft 2021 der vermieteten Wohnung, zahlen meine Rendite und Überlegungen, persönliche steuerliche Aspekte seit dem Erwerb bis heute. Dazu plane ich nächste Woche nach dem Depot-Update für April auch noch einen Beitrag. Ob die Entscheidung gut war, eine Immobilie jetzt steuerfrei zu verkaufen, weiß ich noch nicht. Abschätzbar ist das erst in einigen Jahren. Aktuell nur, speziell bezogen auf mich, ein wenig Immobilienvermögen zu reduzieren, um dann in Aktien umzuschichten, ist in meinem Fall wahrscheinlich sinnvoll. Also um die Frage nach der Herkunft des Geldes zu beantworten, nach Verkauf der Immobilie und Abzug der Grundschuld, verbleiben mir ziemlich glatt 120.000 Euro. Die 60.000 Euro, die jetzt direkt investiert werden, beziehungsweise diesen Montag schon investiert wurden, sind also genau die Hälfte des Verkaufserlöses. Okay, du weißt, ich betreibe grundsätzlich kein Markttiming. Hätte ich mir doch einen Zeitpunkt im Jahr für meine jetzt recht hohe Direktinvestition aussuchen können, wäre dies nicht jetzt der Zeitraum Ende April gewesen. Das Sommerloch steht vor der Tür. Traditionell laufen in den nächsten drei bis vier Monaten die Kurse eher übersichtlich, trotz der Gefahren am Aktienmarkt. So ist es halt, aber ich kann mit meiner Investition von 60k jetzt nicht noch warten bis zum Herbst. Der Restbetrag aus dem Verkaufserlös der Immobilie fließt in eine Investitionsrücklage. Die Investitionsrücklage liegt bei mir einsatzbereit auf einem Tagesgeldkonto und kommt teilweise schon zum Einsatz, sollte der S&P verhandelt um mehr als 10% nach unten korrigieren. Aktuell beläuft sich jetzt meine sicherheitsorientierte Investitionsrücklage exklusiv Notgroschen auf ca. 10% meines Kapitalvermögens. Sehr langfristig plane ich aber den Aufbau der Reserve auf 20% zu erhöhen. Wie ich genau in der Krise agiere, wenn dann eine kommt, meinen Notfallplan und warum dann eine Investitionsrücklage eine sehr gute Idee ist, bespreche ich in dem Video. Okay, auf geht's zu meiner ETF-Auswahl. Ich blende die mal hier ein. Das sind meine Champions, die ich ausgesucht habe, die 5, in die ich jetzt investiere. Jeder ETF ist in seiner Ausschüttenvariante gewählt. Das hat zum einen steuerliche Gründe, Stichwort potenzielles Steueränderungsrisiko. Dividenden werden aktuell nur mit 25% versteuert. Ein Anteilsverkauf könnte mittelfristig unserem individuellen Einkommensteuersatz unterworfen werden. Und das wäre sehr schade. Weiterhin bevorzuge ich die ausschüttende Variante von ETFs, um mit dem Dividenden-Cashflow mein monatliches Gehalt, meine finanziellen Möglichkeiten etwas aufzupolieren und dann auch mal schnell umschichten zu können. Das geht genauso gut mit dem Verkauf von Anteilen mit thesaurierenden ETFs, aber da ist mein Bauchgefühl, da braut sich was zusammen bei der Besteuerung von Kapitalvermögen. Und das leider nicht unbedingt für uns Investoren zum Vorteil. Der wichtigste Grund ist aber, ich will die Dividende gerne auf meinem Konto sehen. Und empfangene Mietzahlungen sind auch ganz fein, auch sehr angenehm, aber Dividenden sind nochmal einen Tick stressfreier und auch vornehmer. Nicht geschafft in die erste Immobilien, in die erste Investitionsrunde haben es der BlackRock iShares MSCI World Small Cap und mein All-Time-Favorite, der legendäre Vanguard S&P 500, aber einfach nur, weil der S&P 500 schon meine größte Position im Portfolio darstellt. Zu dem S&P ETF sage ich später auch noch was. Okay, 25.000, die ersten 42% gehen in die Schwellenländer, in den BlackRock iShares Core MSCI Emerging Markets EMI ETF. Und wir blicken da jetzt kurz rein. Gut, fliegen wir kurz in den ETF rein. Das ist der Name. IMI steht für Investible Market Index mit, eben schon gesagt, allen Möglichkeiten. Ausschüttend, wie ich schon eben gesagt habe, ist replizierend. Die Kostenquote ist sehr günstig, 0,18%. Gut, schauen wir uns mal die Regionen an. Die Bronchien-Verteilung ist immer relativ ähnlich. Hier haben wir IT ganz vorne. Zu den Ländern. Wir haben 33% in China. Taiwan ist dabei, Südkorea, Indien, Brasilien, Südafrika, Russland, Saudi-Arabien, Hongkong, Thailand, Mexiko, Malaysia, Indonesien, Katar-Polen und so weiter. Größte Position Taiwan, Semiconductor, Tencent, Alibaba, Samsung und so weiter. J.D. ist auch dabei, sehe ich hier, 0,8%. Gut, Währungen, aber auch die ganze Palette. US-Dollar ist auch mit 11% dabei, Euro sogar auch mit 3%. Gut, das ist also meine größte Position. 25.000 fließen in die Emerging Markets, weil die in meinem, vielleicht kennt ihr mein Depot aus dem One Notes Update, die Emerging Markets sind bei mir etwas unterrepräsentiert, was ich ändern möchte. Okay, weiter geht's. 15.000 Euro, also 25% von 60.000 Euro, gehen schön breit in die sympathische Alternative des Klassikers MSCI World, nämlich in der Vanguard FTSE, die Wallop World. FTSE steht für Financial Time Stock Exchange. FTSE-Lizenzen sind in der Regel preisgünstiger als die von MSCI, was sich auch in den laufenden ETF-Preisen niederspiegelt. Obacht im FTSE gehört Südkorea zu einem Industriestaat. Das ist aber auch richtig so. MSCI ist hier spät dran, die werden aber spätestens 2023 nachziehen. Die größten Länder sind hier, wir blicken auch kurz rein in die Wallop World. Da ist auf jeden Fall die USA ganz weit vorne. Ich glaube ja, 60% USA, Japan, Großbritannien, Schweiz, Frankreich, Deutschland, Kanada, Australien und so weiter. Also wir haben hier die komplett entwickelte Welt. Begleitend noch, wie eben schon angesprochen, Südkorea ist auch dabei. Das wäre bei MSCI ein Schwellenland. Gut, größte Positionen, wie nicht anders zu erwarten. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, JP Morgan, Chase, Johnson & Johnson, Berkshire Hathaway. Okidoki. Der nächste im Bunde, als nächster, der Vanguard FTSE Develop Europe, wird bedient mit 10.000 Euro. Europa macht viel Quatsch, heult viel rum und zieht den Schwanz ein auf der Weltbühne. Ist so ein bisschen am Abstürzen, aber schreib es noch nicht ab. Totgeglaubte leben länger. Wir haben in Europa auch noch viele Weltklasseunternehmen. Wir schauen noch hier kurz rein. Zu den Ländern. Alle großen Länder aus Europa sind dabei. Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, Dienerlande, Schweden, Spanien. In Italien, Dänemark, Finnland, Belgien, Irland, Norwegen und so weiter. Größte Positionen, Nestle, Roche, Novartis, Mert, Hennessy, Louis Vuitton, Unilever, SAP, AstraZeneca, Siemens, HSBC, Holdings. Aus der Schweiz, glaube ich, sind die. Gut. Währungen, klar, 50% in Euro kann man sich vorstellen. Ich sehe hier, IT und Software ist hier ein bisschen abgeschlagen. Da haben uns leider die USA und die Chinesen schon in den Rang abgelaufen. Aber okay, ich hoffe, das wird sich irgendwann wieder ändern. Und ich hoffe auch, dass Europa sich weiterhin macht. Mal schauen. Zum Schluss noch der schon entwickelte Asia-Pazifik-Raum. Der wird abgedeckt von mir durch den Vanguard FTSE Develop Asia-Pazifik, Ex-Japan und den Vanguard FTSE Japan. In beide schauen wir kurz rein. Größten Länder sind hier wie nicht anders zu erwarten. Australien, Südkorea, Hongkong, Singapur, Neuseeland. Größte Positionen, Samsung Electronics, fast 10% aus Südkorea. Und die anderen sind halt auch kleinere Unternehmen. Okay, gucken wir noch kurz zu den Branchen. Finanzdienstleistungen ist stark. IT ist auch stark. Rohstoff ist für die Region auch gut. Auch stark, fast 10%. Kurz noch zu den Währungen. Australische Dollar, Südkoreanische Won. Hongkong-Dollar, Singapur-Dollar, Neuseeland-Dollar, US-Dollar auch 1% dabei. Okay, also hier dieser Raum, Asien-Pazifik. Da geht bald die Musik ab. Bin ich von überzeugt. Besonders auch im Asia-Pazifik-Bereich, der jetzt nicht unbedingt zum bereits entwickelten Teil der Welt gehört. Sondern gerade in den Schwellenländern, Indonesien, Indien, China. Da wird einiges gehen die nächste Zeit. Gut, begleitend dazu zum Asia-Pazifik-Raum gehört natürlich noch Japan. Japan wird extra abgedeckt durch dieses Produkt hier. Das Produkt ist etwas teurer, 0,15%. Ist aber auch ausschüttend, physisch replizierend. Gucken wir mal ganz kurz zu den Bestandteilen. Viel Industrie, IT-Software, Gesundheitskonsum, Konsum, Güter, Finanzdienstleistungen, Rohstoffe. Okay, Länder, klar. Ist ein spezielles Produkt auf Japan. Größte Position ist Toyota, Sony, Softbank Group. Kennt man noch Softbank? Ist bei mir im Sparplan. Es ist keine Bank, wie man denken würde, sondern es ist ein IT-Unternehmen. Was haben wir noch für bekannte? Mitsubishi ist dabei. Bei Nintendo ist auch dabei, 1,3%. Zu den Währungen haben wir nur japanische Yen überwiegend. Ist ja auch verständlich. In Summe hast du vielleicht gemerkt, dass die USA durch die Investitionen etwas vernachlässigt wurden. Letztlich sind nur 25% in die gesamte Develop-World-Index geflossen. Die USA ist hier nur mit 60% vertreten. Also 60% von 15.000 Kaisern, 9.000 Euro. Du kannst aber davon ausgehen, dass ich jetzt zukünftig auch wieder größere laufende Investitionen in den S&P tätige. Der S&P 500 ist einfach das Index, wie es der Wall Street der USA schlechthin alle Unternehmen handverlesen. Alles dabei, von Dividenden-Aristokraten bis zu den besten Wachstumsunternehmen der Welt. Okay, das war meine persönliche Auswahl und meine Aufteilung. Die Anteile ziehen jetzt neu ins Aktiendepot oder sind schon neu reingezogen. Zum Ende noch, meine Vorstellung, was ich tun würde, wäre ich nochmal am Anfang der Vermögensaufbau. Meine Taktik wäre, bis zu den ersten 50.000 Euro all in in den S&P 500. Erstmal Strecke machen, lautet die Devise, mit dem besten Finanzprodukt, das ich kenne. Und erst danach dann ultra stabil, anti-fragil, breit in die ganze Welt investieren. Welt AG. Wenn jemand solider, robust, direkt schon ultra stabil, breit starten möchte, dann wäre meine Wahl, mit zwei ETFs zu starten. Und zwar dem vorgestellten iShares Core MSCI Emerging Markets Investable Market Index und dem Vanguard SM FTSE Development World. Damit bist du Teileigentümer der ganz vereinfachten, langfristig bombensicheren, anti-fragilen Welt AG. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleib investiert, sei so lieb, lass doch ein Abo da, optimal noch ein Like. Wir sehen uns nächste Woche beim Depot Update. Ciao und bis dann. Mach's gut. Ciao und bis dann.